So, na dann, herzlich willkommen zurück bei Conan Exiles. Ich will mich wieder auf den Weg machen. Das letzte Mal hatten wir ein wenig hier an unserem Häuschen gebastelt. Und heute soll es weiter gehen. Jedoch ein bisschen mit Erkundung. Ich schwimme mal hier rüber. Schau mich mal auf. Ich wollte mal hier so am Fluss entlang, in Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe. Bin mir nicht sicher. Bitte mal hier lang. Hier, die hatten wir auch in der letzten Folge umgehauen. Ich glaube, unsere ersten Gegner, die wir jemals gesehen haben. Ich gucke nur mal ganz schnell. Kann ich eigentlich eine Bettrolle herstellen? Wie sah die nochmal aus? Hier war es ein Bett. Bettrolle. Irgendwie bin ich gerade blind und sehe die Bettrolle nicht. Klappbett. Hier. Klappbett. Faserbett. Können wir sogar herstellen. Falls wir weit kommen. Hier werden wir mal das nächste Ausflug ründern. Hier werden wir mal das nächste Ausflug ründern. Okay. So gut. Schön umgehauen. Wir essen schnell was. Plündern ist nicht. Flündern ist nichts. Flündern ist nichts. Ich glaube mir war uns frei. Wir warten jetzt auf das Nest hier drüber. So. Wir essen noch was. Und wechseln wieder auf. Schönen Schwerter Der nächsten Gegner Wow So Alles nehmen Und Alles Nehmen Klopfen wir hier auch mal zu frei Brauchen hier immer ein wenig Zeug Mal Eis zusammen Drüben Noch mal solche Kreaturen Hier sind kleine Auch noch mal kleine Ich esse noch mal was Dann Faserbett Jetzt packen wir mal hier oben hin Jetzt packen wir mal hier oben hin Noch etwas essen Wir gehen weiter Wasser entlang Oh hier ist ein großer So Ist das auch was? Gut Platzieren wir hier mal unsere Decke Danke So Noch was essen Und schleichen Ja Obst du noch hier Mit den Kollegen Und legen wir ran Ich gehe da am Ende 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 Wieder zwei Menschen Drei Menschen Essen wir noch Ein wenig Ich gehe da am Ende Noch nicht Ich gehe da am Ende Ich gehe da am Ende Dann Ich gehe da am Ende Ok, sie haben... ich gehst... den. Ah. Ok, ihr hattet ja echt nicht viel drauf. Steine und Faser. Nehmen wir euch mal noch mit. Tierhaut. Kommt wohl von eurer Kleidung. Einchenfleisch. Hier mit einem Abmess... äh, Abholzmesserhäuten. Hab ich so ein Messer eigentlich? Eigentlich... Schauen wir mal. Nach unten. Pult, so ein dummes Vieh. Aber so ein Messer brauch ich für Metall. Gut, wir gucken mal. Ein Messer. Zum Abreuten. Rezept Dolce ist dahinter. Doppelschwert. Gerberei hätte ich ein Rezept. Rohleder. Bauobjekte. Rüstung. Materialien. Versteigt. Wird was? Ich brauch so... Objekte. Ach. Okay so ein Messer sehe ich dummerweise noch nicht bei mir. Die Butter für nichts. Waffen, Rüstung, Relic, Bau, das wird wohl Handwerk sein. Überleben. Fleischergiselle, Kistmacher, Kesselflieger, Relic. Dekoration. Deko wird es ja nicht drin sein. Referatorlehrling. Und deine Überleben, Rüstung. Waffen, Kesselflieger, Relic. Waffen, Kesselflieger. Waffen, Kesselflieger. Werden wir mal. Ist das aber nicht das was ich gesucht habe. Komm, auch noch. Okay, mein Lieber, Rüstung. Rüstungsmacher. Rüstungsschmied. Hm, wo ist das? Messer suchen. Gleicher Geselle. Abhäutenmesser, ja. Heißen Abhäutenmesser. Eisenwerkzeuge, fordert. Na gut, scheinbar geht das noch nicht bei mir. Und bevor ich noch mehr Zeit vertrödel, laufen wir mal weiter. Oh, was ist das für eine große Stuttal? Tor? Geht keine Ausdauer mehr. Petroler. Brauch ich ein Zwirn? Zwirn, Zwirn, Zwirn. Drei Stück. Oh man, zehn Stück her. So, drei Herstellen. Hier ist das. Das geht hoch. Wir essen etwas. Dann schauen wir mal. Scheiße, 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 scheiße. Wir haben unsere Waffen vergessen. Nichts. Ah, 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 ah. Mistiges Krokodil. Mistiges Krokodil. Mistiges Krokodil. So. Hoch, 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 hoch. Hoch, hoch. So, fetzen essen. Das Schwert wird gerade wieder hergestellt. Wir essen noch ein wenig. Noch mehr essen. Hier machen wir mal kurz unseren Schlafplatz hin. Hier ist noch mehr. Neue Waffe. Angelegen. Ich höre es schon wieder zischen. Irgendein Vieh muss hier wieder rumrennen. Ach, da hinten. Bleiben wir erstmal hier auf der Straße. Durstig. Äh. Jaaaaaa. Haben wir was zu trinken? Scheiße. Endrolle. Okay, Wasser habe ich jetzt überhaupt noch nicht mitgenommen. Ich glaube ich noch nicht mitgenommen.